Wieso lag das schon wieder? Cool. Tower angreifen? Tower angreifen? Achso, es lagged. Wieso es lagged? Das ist ja nicht. Nicht Krösus, nein. Nicht Krösus, nein. Ich habe das Internet nicht gekauft. Ich habe das Internet nicht gekauft. Gut, wenn Domo oben ist, müsste eigentlich jemand anders. Also Domo miss? Also Domo miss? Meister Yee ist schon mal miss. Es gibt ja nur Meister Yee mal, ich bin immer noch auf drei hingestellt. Du kriegst gerade den Tom down, das ist gut. Unten sind wir auch durch. Trotz Meister Yee, der ist dann aber weg. Ja, der kommt zu dir. Ja, der kommt zu dir. Ja. Ja, ist auch. Meister Domo, wir können jetzt nicht helfen, weil ich kann nicht fliegen. Ja, ich kann Tauwerschen, komm, ja. Ich kann Tauwerschen, komm, ja. Ich kann Tauwerschen, yeah. Und Dom hat eventuell sogar überlebt, so wie es aussieht. Äh, ich bin geschwächt. Was? Er kämpft gegen dich, ne? Ja. Aha, und er geht tot. Was? Wie geil. Wie geil. Wie geil. Ey, was ist das da? Lol, wie, wie, wie. Wie fail. Das war jetzt echt. Ey, Junge, du Oma steht die ganze Zeit... Oh, und Meister Yee. Ey, und Meister Yee will ihn killen. Der Tower schießt natürlich schön drauf, ey. Hä? Hä? Ja, toll. Lol. Jetzt bestellt er sich das, äh, Domonou, wer weil er sich am Tower noch vor ihm, kurz vor ihm versteckt hat. Lol. Weil... Kann man vielleicht so sehen, glaub ich aber ja nicht. Er ist ein... Ja, und er ist ein Noob und rennt voll rein. Er ist ein Idiot. Er rennt voll rein. Er rennt voll rein. Er rennt voll rein. Er rennt voll rein. Wir haben keinen Vorteil gegen Wobe, Romo, 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 kn supported und ich mache nicht mehr Or Baltic. Weil ich glaube, wo sie noch könnte man noch zue Letztur deutsche Millionen die nicht gut so war auch hier weil ich hätte sie mit den größten Rädern ist man auf die Städte in der Euro erhält man ich habe andere ich habe andere solche ich ja auch die Leute auf meiner Hausten einigen und ja das ist ja klar zu schützen mir jetzt da unten sollten es ist die vierte alles alle schulden 9 so sehr gut geklappt mit der die mädchen wir haben sehr viel was ich war schon wieder weg das scheint so ja sehen wir es so ist jetzt kommt er runter also zu tun wenn er von hinten kommen wird dann machen Ringer Gerechtigkeit er kommt zurück auch das ist sauber noch schon ist ein Stattdauer jetzt kann das ist ein ich habe den Blut nicht gekehlt so was kann das jetzt kein Wurschmann das hat die Kölner mit Nürnberg ebenso ein 8 8 wir sollen die unbeschwunden gewünschten Helden die bespielen es ist ein aber es ist immer weiter 9 und die Klänge die Städte der Mannschaft aus der Pfanne ich kann mich als alle und das heißt dann ist das war richtig gut ja ja ein Juni bei Erspendung zu den Kriegsfällen der Werferkrieg oder auch wenn sie zu zweit auch wenn sie zu zweit sind ich erinnere nur an Meister Jees Tower Aktion und weil das am Ende sobald einer von uns ist worden und sie werden nach oben Tauern vorwärts ein bisschen schützen die in der letzten Zeit in Gefahr auch in unserer Einkommen Werner und bei Dom irgendwer schreibt Künstler Dome ist nur so wichtig er hat die Leid so jetzt ist mir eingefallen er hat auch gehalten weil das ist nicht so besser du kannst du wenigstens sagt ich kann kein Englisch sag ich es auch nicht meine Muttersprache außerdem hat sich ein bisschen scheißegal noch mal wieder ankommen abgeben aber ich habe größt ihr aber ich weiß nicht aber ich habe sie heute wird schneller schaffen das es ist ein leuten schnell und schon kurz hat sich schon zu spüren ich komme jetzt noch nicht mehr nun Chaco ist wieder da war Lams Go-Bad 1 1 1 1 1 so weit ich will hier ganken was ist daran so schlimm er soll sich nicht sagen der Schicksal ist auch wenn er mich angreift wieder mal fehlen musste weil auch immer ich so dumm bin Powerdown Scheiße, das war sein Double oder als ein Double noch gemacht ein Grund mehr dass er sich heilen und ist unten durch ich hab jetzt auch schreiben ich hab wahrscheinlich jetzt er schadet wahrscheinlich ja Domen also einst wie ich will auch da also jetzt will so nichts zu machen er hat er hat die Erinnerung jetzt konnte er mit dem vorgebracht wo ich hab den Power angegriffen okay ja also lassen sich außerdem ist das scheißegal wenn ich da durchbrechen will ich da durchbrechen ob da nur ein 3 gegen 1 ist oder 3 gegen 2 ich bin scheißegal außerdem war doch Meister Yi auch da Meister Yi hat das geschrieben also höchstens 3 gegen... so, da Schako war doch gelang, ok Schako war doch gelang wo haben da 3 auf ihn geklopft ich auch, ich hab um Tauer geklopft, ich hab um Tauer geklopft, ich hab um Tauer geklopft, weil meine Metalle... meine zweite Fähigkeit hat leider alles alles für jeden getroffen und das ist klar, dass das Bede, ich hab aber gehofft, dass es nicht passieren muss meine KD war echt im Arsch, aber ich glaube, gekommen ist... so lange wir gewinnen für den Sie und schlechte KD ich hab ja gleich gesagt, was sie hießen vor allem ist Meister hier im Charakter, mit dem jeder spielen kann wenn er auf Ansicht im Kurs gilt, muss man nicht mal gut spielen also wenn er richtig ist, muss man nicht mal gut gut spielen außer das war nicht einfach voll reinrennen in die gegnerische Menge und wer sich nicht heilen kann, nun Posse und wer sich nicht heilen kann, nun Posse ah, sehr langweil 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 lol lol ah, ich hab mir ich hab mich doch schreien ah, ha, ha, ha und oben sind sie durch den Tongue gewonnen ja, oh, mit der Tower-Darm ich hab mich einfach nicht für sich egal ich hab mich auch schreien schreien ach, ha, ha, ha schreien sie doch auch mal und oben sind sie durch den Tongue gewonnen ja, oh, mit der Tower-Darm und ich werde alles um mich um angebnisvoll sein was erscheinen könnte ja ja wir sind jetzt auf einmal nur dabei das Spiel lief was ist das für eine Begründung ja ich muss um die Bussanen das geben Aua 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 nein ich werde sterben das ist auch egal kann man jetzt auch sagen das ist zwei GmbH im Anruf Heidelein Besprach hat mich eben aufgehend in diesem Chrissi äh der Oma bricht jetzt oben noch für die Walsall mit durch ne versucht zumindest na egal zumindest in seiner Decke Halshüller Deckel ist noch ein Zeug das ist nicht bei YouTube der Kälte wegen mir war er nicht will Norddecker er ich habe ganz wichtig doch gesagt nicht nur er sagt die abdekten okay ich habe auch kennen nicht nachvollziehen weil er das schon so verwirrend genug ist erste als erstes er hat nicht mehr die leute an der hat mich jetzt erstens nicht wahr oder das ist so ein bisschen ja jetzt gemerkt die ständig zu sowas ist ja unten und das ist schock und reisen am besten weil ich mich hinter den vorbeiräten müssen sehen also immer schreibt uns lesen alle sind und mir ist in der oben rum geht mit Render Romo auf jeden Fall kommt mir entgegen und er trägt er wollte er schon kommt er macht mehr Schaden von hinten kommt ja und meister die Schaffer wieder gefällt aber gut egal gut aber günstig egal wer jetzt den Kill kriegt Meister hier ist mir selbst egal kümmert euch lieber um Shaco oder Meister Yi oder beides oder tut ihnen einfach irgendwas oh das wird schlecht Chris Yi oh lauf 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 hinter Meister Yi hier kill ihn und dann sterbe weil du weißt ja Shaco und mehr Angriffsschaden von hinten wenn er nicht so na komm 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 na komm put 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 das ist nicht sein Double sein Double ist verreckt nochmals auch also es ist eindeutig der echte Schocko die machen den Turm down die so na komm komm was siehst du ich gebe mich aber erst an die Alice nacht auch nacht auch ja siehst du guck mal er schreibt was in seiner komischen 40 Sprache hab ich was in meiner geschrieben und sagt da nichts mehr das ist ein deutsch das ist ein deutsch das ist ein deutsch das ist ein deutsch-fugend Doma ich geh schon mal rum rum versuch ja ich geh mal rum rum versuch Doma Doma ja ich hab jetzt mal voll mein Schild schon aufgeladen weil die ganzen Wahlen hier so schön auch präsentiert Teller im Gruppenvolk steht die Leipzig Doma das Meister hier ich habe es auch das Lagos jetzt Alex ja und um eine Tat mir gehört genau da nach man in Stadt ich bin nur noch nicht damit so schießt von Ah, Dome, ich würde sagen. Dome, du Limmel. Ich down? Ich kann mich heilen! Äh, leider auch, scheiße. Die Dome kriegst du down. Sauerbar. Ich kann mich auch heilen. Ja, dass ich kann. Keine Leute. Ja, super Nachricht. Das bringt dir nichts mehr. Ja, Dome schreibst du.